Ja, so ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal, wo ich bin. Ich bin hier wo, wo ich früher auch war, als ich hier gelebt habe, sozusagen auf der Straße in Aix-en-Provence. Das ist hier ein Park, ein ganz, ganz schöner Park, habe ich gelegen. Ja, das ist ja eine der Sachen, die man am liebsten tut, wenn man kein Zuhause hat, sage ich mal. Dann ist man in einem, hier bin ich, ich kann mich jetzt selber gar nicht sehen. Auf jeden Fall, dann ist man gerne irgendwo in einem Park, wo es grün ist und ruht sich aus. Und ich bin jetzt zum ersten Mal wieder da, seit 2009, also seitdem ich wieder eine Wohnung habe. Und ja, warum habe ich eigentlich so gelebt? Einmal, weil es mein Traum war, ohne Geld zu leben. Und dann wollte ich wissen, wollte, was passiert denn, wie es in der Offenbarung des Johannes steht, dass am Ende der Zeit, was Jesus immer wieder, wo Jesus immer wieder gewarnt hat, passt auf, weil man nichts mehr kaufen und verkaufen kann, ohne die Zahl des Tieres, dreimal die sechs, so steht es da, immer wieder. Und dann habe ich gedacht, ich will wissen, wie wird es denn sein und wird es denn möglich sein? Und habe es ausprobiert und hat funktioniert. Und ich war damit noch sehr glücklich. Es war nicht einfach, sage ich nicht. Aber ich habe das auch gemacht im Hinblick auf das, was kommt, dass ich allen Leuten erzählen kann, hey, ich habe es ausprobiert, ist möglich, nicht so luxuriös gewesen, aber es hat mir viel Freude und Spaß gemacht. Und ja, ich habe ein Buch rausgegeben, hier, 2020, über die Zeit ohne Geld. Und jetzt ganz aktuell, also das heißt der Vagabunden-Blog vom Leben ohne Geld. Und das kann man auf Amazon bestellen. Und dann habe ich jetzt ganz, ganz neu drei Bücher in dem Zusammenhang rausgegeben. Einmal das Nachfolgebuch, das heißt Mein wundervolles Leben mit kaum Geld. Und dann habe ich noch eine englische Fassung Living for Free und eine zweisprachige. Genau, habe ich bei dem Thalia-Storyteller-Wettbewerb teilgenommen. Es hat mich so motiviert. Und ich kam jetzt gerade dazu auch mal, ja, ich habe mal was anders gemacht wie sonst. Ich habe mich mal nicht abhalten lassen von, oh, die Übersetzung, die ist sowieso schlecht und alles ist immer irgendwie schlecht. Genau, und hat mich blockiert. Und jetzt bin ich nach Frankreich gekommen, habe hier von einem Freund, wo ich damals schon ganz viel untergekommen bin, der mich ganz viel beherbergt hat und dem ich dann geholfen habe, den Haushalt auf Vordermann zu bringen. Der hat mir jetzt seine Wohnung überlassen, sehe ich als Künstlerresidenz sozusagen. Und da ist es mir eben gelungen, diese drei Bücher innerhalb von der Woche zu veröffentlichen, die ich aber schon lange, lange, ich sage gerne, auf der Warte halte, halte, hatte. So, genau. Und mir kam jetzt, ja, ich habe es einfach mal anders gemacht, als alles tausendmal zu durchdenken und wie könnte alles besser sein und was fehlt. Und es ist ja noch nicht annähernd perfekt und habe einfach mal gemacht. Und ja, ich habe gemerkt, hey, das ist mal was Neues und für mich selber auch gut und eine große Freude. Ja, also ich bin tatsächlich glücklich. Nicht nur, dass ich hier bin, bin ich auch glücklich. Und jetzt zeige ich euch hier nochmal die Entchen, sondern auch, dass ich ja meine Bücher veröffentlichen konnte. Weil das ist mir ein dringendes Anliegen, dass ihr wisst, hey, also wenn das kommt, dass man nicht mehr kaufen, verkaufen kann, ohne sich da, was weiß ich was zu unterwerfen, was man alles gar nicht will, dann wisst ihr, hey, das geht auch ohne. Es gibt Leute, die haben das ausprobiert, ich bin nicht die Einzige, es gibt noch mehr. Genau, und wenn ihr Lust habt, in zwei Wochen ist das Buch im Buchhandel bestellbar. Das Buch mit dem Titel Mein wundervolles Leben mit kaum Geld bei story.one veröffentlicht. Ich danke euch fürs Zuhören, abonniert gern den Kanal, gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat und ich wünsche euch alles Liebe und einen schönen Tag.